Das ist ein Pferd. Ja, es ist ein Wildpferd, safe. Wildpferd. Safe, Wildpferd. Sieht man doch. Hallo. Mensch, wir müssen uns gar nicht suchen. Ich habe den Keller gefunden, der ist da hinten. Ich habe den Keller gefunden, der ist da hinten. Ich suche das Laboratory. Ja, Musikroom ist Jen. Ja, dann setze ich mich da schon mal dran. Ja, brauchen wir ja nicht. Wir müssen erst mal gucken, ob es im Laboratory ist. Sonst brauchen wir ja nicht mehr. Yes, yes. Perfekt. Okay, Laboratory hat, Musicroom hat. Dann rubbelt mal die Gents. A few moments later. Das ist fertig. Ich habe knallen lassen ausgesehen einmal. Der hat noch 5 Prozent. Da, warte mal. Warte mal, bevor du weiter reparierst. Er hat jetzt den Laboratory. Es läutet hier auf jeden Fall. Oh, hier geht es schon ab. Ja, warte mal kurz, bevor du den Jen nämlich fertig machst. Ich will mal einmal in die Mitte gehen und gucken. How much time? What time is it? Jetzt ist it's 12 o'clock. Okay, soll ich meinen jetzt anmachen oder nicht? Yeah, yeah. Okay, kommt. Yes, yeah. Es geht weiter. LOL, die Uhr changed sich. Die dreht sich jetzt einfach. Jetzt ist 15. Die dreht sich einfach. Und jetzt noch irgendein Jen oder was? LOL, warte mal. Es ist 5 Uhr. Jetzt ist es 5 Uhr. Das sind die einzigen beiden, die man haben muss. Ja, das sind die einzigen beiden, die die Uhrzeit triggern. Auf jeden Fall. Macht mal den Jen nicht ganz fertig. Ich will noch mal ganz kurz was im Video zeigen. Also, der Laborraum. Ganz wichtig für die auch im Stream. Das Laborraum ist immer der, wo das Periodensystem, die Tabelle ist. Und dann ist rechts das Labor. Also das ist das Labor. Dann ist hier vorne diese eine Jen. Und dann gibt es ganz oben im Stockwerk in einer Ecke, so wie diesen Raum hier, ein Musikzimmer. Ein Musikzimmer. Und da steht ein Klavier drin. Und dieses Klavier, wenn man den Raum, den Jen dort repariert, dann löst er die Uhr aus das erste Mal. Und dann wird es 12 Uhr. Und beim Labor stellt die Uhr sich dann nochmal um. Hier, das ist das. Das ist der Musikraum. Kann man mal anmachen? Warte, noch nicht. Das ist der Musikraum mit dem Klavier. Und da muss ein Jen drin sein. So, und jetzt macht ihr mal gleich den Generator an. Warte mal. Ich will kurz in die Mitte. Hälfte. Du sagst, wenn ich aufmachen kann mit. Obwohl, ich kann es ja einfach aufmachen, wenn du es aufmachst. Ja. Dann mach auf. Ja! Wir haben es geschafft. Und da ist eine Kiste drin. Alter, die Tür geht weg. Und da kommt das Ding runtergefahren. Meine Kiste. Das war ein Killer-T-Bag. Hättest du wohl gerne. Ey! Meine Kiste. Boah, die nimmt sich dafür die Kiste und mich hier... Ey, hau die weg! Oh Mann! Gleich ist recht für alle. Jetzt weiß ich nicht mal, welche Farbe die Toolbox hat. Alter, wie geil der Raum aussieht. Ja, 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 Männer unter... Haa! Ich bin in den Busch hier zum Bein. Männer unter sich! Oh, der T-Bag zieht sich auch noch weg, Alter, lol. Alter, der Raum ist ja sick, man. Aber das sieht ja sick as fuck aus. Holy shit. SONGEN NICHT